Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Der großartige Per Hudo, der macht im Moment ein Let's Play der C64 Version von ihm hier, von Rick Dangerous. Und ich glaube eine spanische, ich glaube eine spanische Indie-Homebrew-Gruppe ist es, die das Spiel für den Game Boy Advance übersetzt hat, 1 zu 1 übernommen hat, auch die Steuerung von damals übernommen hat, das heißt nach oben drücken zum Springen, Feuerknopf nach oben drücken zum Schießen, aber das werde ich euch jetzt alles im Spiel selbst zeigen. Eine richtig nette Version. Wir steigen rein, wer Rick Dangerous nicht kennt, so ein bisschen wie Indiana Jones und der erste Level ist in Südamerika. Es geht natürlich darum, dass wir erstmal hier von dieser Kugel abbauen, ja, wie ich schon sagte, Indiana Jones, da sind die Parallelen deutlich zu erkennen und Rick Dangerous, he he, Rick Dangerous, ja, ist ein Spiel Trial and Error. Das muss man auswendig lernen, sonst hat man in dem Spiel keine Chance, das hat man eigentlich auch sowieso nicht. Also wer das durchspielt ohne Trainer, Respect, Respect, selbst mit Trainer, es ist die absolute Hölle. Ich glaube, ich habe mal die C64-Version gemacht und habe alle Level gezeichnet, den letzten Level habe ich selbst mit Trainer nicht geschafft, also ist sehr, sehr schwierig, das Spiel. So, wir haben schon gesehen, dass wir schießen können, wir haben aber nur begrenzte Munition. Hier, da wären jetzt Spikes gewesen, da wäre ich tot gewesen, wenn man das nicht weiß, ja, dann ist es nicht so schön. Und wir haben auch Dynamit dabei, damit können wir Wände wegbomben. Oh, bisher habe ich aber Glück gehabt. Wir können natürlich auch Gegner wegbomben, das ist nicht das Problem, na toll. Jetzt sind die beiden da unten, der eine, der folgt mir doch die ganze Zeit, oder? Ja, der folgt mir die ganze Zeit, das ist nicht schön. Was passiert denn, wenn ich aus dem Bildschirm rausgehe und zurückkomme? Wir haben einen Checkpoint erreicht, dafür da dieses, diese Glocke da, ja, der haut nicht ab. Na gut, dann lassen wir den einen Schatz halt da liegen. Da haben wir neue Munition, das ist nicht unwichtig, denn ich hatte nämlich gerade keine Munition mehr. Ja, da muss man mal so ein bisschen gucken, in welche Richtung man fällt. Da fällt man gerne mal in diese Spikes rein, oder springt in die Spikes rein. Ja, es gibt auch Fallschaden, man darf also von nicht allzu hoher Höhe herunterfallen, sonst geht man leider auch drauf. Da fällt doch kein zweites Mal drauf rein. Höh! Ah! Fledermaus! Die kommt aber wieder, da muss man aufpassen. Oder hat man doch keinen Fallschaden? Vielleicht hat man nur einen Fallschaden, wenn man... Hoppala! ...in irgendwelche Spikes reinfällt. Das kann natürlich sein. Habe ich euch wieder Quatsch erzählt? Oh, das kennt er ja schon von mir. So, mal ein bisschen Dynamit einsetzen. Das hat so ein bisschen was von Hero auf dem C64. Aber bei Hero konnte man mit meinem Laser, äh, mit seinem Laser auch noch die Wände wegbobben. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe nämlich hier noch so, so ein Ding. Ich weiß gar nicht, ob es das im Original gab. Ist das ein Messer oder ein Betäubungsrohr oder sowas? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir das. Naja, wenn wir es haben, was wir haben, haben wir. Ja, ich kann damit auf jeden Fall die Fledermaus erschrecken. Und die Fledermaus hat auch direkt den Eingeborenen getötet, den, weiß ich nicht, ein Inka ist es oder so. Ich glaube, das gab es im Original nicht, oder? So ein Betäubungsstab oder, sagen wir mal, meinetwegen ist es ein Messer. Das gab es im Original nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Vielleicht gab es das in der Amiga-Version. Ich habe ja eigentlich nur die C64-Version gespielt. Oder würde ich mich auch daran erinnern? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Gab es dieses Messer-Betäubungsstab auch im Original? So, weg mit euch. Die haben ja nichts getan. Die wollen eigentlich nur ihre Schätze der Vorfahren beschützen. Aber ich töte sie. Das, ja, so bin ich. Oh, hier kann man hochklettern. Kann man da auch wieder runterklettern? Das ist natürlich wieder die Frage. Man fällt ins Blinde irgendwo runter. Man weiß nicht, wohin. Das ist ja nochmal gerade gut gegangen. Ja. Es geht halt nicht immer gut. So, wie komme ich denn dann daran vorbei, an diesem... Direkt jetzt runterfallen? Ja, das war mir klar. Ach, das darf man dann auch beim Hochkommen nicht berühren. Also... Das Spiel hat schon echt seine 8-Bit-Härte. Das muss man mal sagen. Das hat es echt beibehalten. Auch verwunderlich, dass das Spiel nicht wirklich umgesetzt wurde für den GBA. Also kommerziell umgesetzt wurde. Denn das ist nicht übel. Und die Jungs, die das hier gemacht haben, die haben sich echt Mühe gegeben. Das ist echt gut geworden. Macht Spaß. So, neue Munition. Ich habe aber, glaube ich, nur noch ein Leben. Ja, dann fällst du natürlich da rein in die beiden Typen. Und hast keine Chance mehr. Für jemanden, der hier Highscore-Challenge machen will, 6.770 Punkte. Für mich, das reicht wahrscheinlich nicht mal zum Eintragen. Das reicht zum Eintragen. Mein Gott, ist das super. Ich kann mich bei Rick Dangerous eintragen. Bin wahrscheinlich... Das zeigt er mir nur nochmals an. Müssen wir noch einen kleinen Moment warten. Ob ich mit meinen 6.770 Punkten da reingekommen bin. Ansonsten geht zum Perula und schaut euch das Let's Play an. Von der C64-Version. Und... Oh, ey, wer ist da der Dritter? Geil, oh, Mad. Bronze. Das war Rick Dangerous auf dem GBA. Der Perula zeigt die C64-Version. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bye, bye.